die Kostung ähnlich doch ich will hier aber haben wir sind tun mag es ganz nur hochkommen dass ich die Dinge gemacht habe an der Wasserstau und hat die Elke entgegen oder mitgedacht hat soll weiter ich kann jetzt gar nicht ich bin unten Karpfen die ganze Kraft in die Entfernung steht überall drauf das andere gestorben ist das er machte der Axt haben und mein Hut und mein Hut den Hut Mario den hab ich nicht den habe ich war müssen die war mal zum bestellen nein ich bin jetzt auf den Schallspiegel erweiter bin ich bescheuert das ist acht Wochen von Arsch ja werde ich haben die sind jetzt nicht so schwer meine ich ja viel Spaß sag ich doch kann dir ein Zelda Hut den was die Link hat mit wem redest du mit André aber der redet mit mir anscheinend nicht ich will aber die Mütze haben weil es ihm Wütze alles geben und wir nicht ja ja weil mit der Mütze das mal einfach ihr Fisch mir doch egal ich bin so doof ich bin doof das möchte ich nicht absteuern ich hier habe ich die Dinge boah wir haben so viel Mudblock vom Jungle ja geil ich habe mich in den Stein reingebackt auch gut ja geil ich weiß es ist Richtung Hölle bin ich habe wahrscheinlich alle von oben runtergefallen und machen Kamikaze warum nicht ist auch schön ja ich höre dich schon nein gar nicht das war was anderes okay äh wie lange nehmen wir jetzt eigentlich auf? noch weiß ich nicht aber ich habe heute kurz die Aufnahme gestoppt und neu gemacht weil ich mit Fabs Angst habe davor das war nicht mal ne Frage ne egal ich will jetzt aber noch einiges tun vergewaltigen dich vergewaltigen ne warte mal das wollte ich gar nicht tun das war auch von der Liste die wo ich niemals machen wollte genau da war ja 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 warum machst du unten lang hallo Demon ich mag Demons vielleicht tut ja ein Demon diese diese diesen Zaubertorpen was brauchen wir jetzt noch bitteschön alles um uns eine bessere Rüstung zu basteln ja theoretisch brauchen wir eigentlich erstmal Lebenskristalle für den André dass er die Schnauze hält und du auch und für mich dass ich die Schnauze halte und dann brauchen wir ganz viel aus der Hölle ah haut ab ihr scheiß Viecher wahrscheinlich muss ich wieder das Tellstern sammeln ja irgendwann muss es ja tun ja du genau wir haben jetzt einen neuen Butler ich geb dir gleich neuen Butler oh jetzt nervt nicht in den Po du willst wo wo in den Po Mann die auf 14 Ma ich drück doch Haar ich will doch nur ein paar Kisten achso du willst wieder ne ja will ich aber das war ein bisschen zu weit das heißt ich möchte ich möchte ich möchte ich möchte das heißt ich möchte dich gleich treten in den Arsch ich hab keinen Arsch das wird jeder hey André ich weiß du wirst mich hassen aber vorerst ist das meins Lass einfach weiter er hat einfach weiter ah schön wie viele Skelete noch wir kommen bzw ich komm weil ich glaub mit mir kannst du mehr anfangen oder Ich will ja die ganze Zeit kommen, aber irgendwie sterbe ich immer. Aua. Irgendwie. Aua. Also ich fühle mich eindeutig hier nur ein bisschen verarscht. Ah. Den Baum. Also über den Lucky Horschuh würde ich mich sowas von freuen. Ich auch. Mich auch. Ich habe meistens. Nein! Ich habe vergessen das Ding umgedreht. Hast du meinen Treppe kaputt gemacht? Ach stimmt da war ja was. Da war ja was. Hab ich ganz vergessen. Heißt das wenn ich sterbe spawn ich jetzt da wo andere gespawnt ist. Wahrscheinlich. Das ist so. Das ist so. Ähm. Was konnten wir jetzt in der neue Spitzeak gemacht mit Hellstone eigentlich nur noch ne. Ja Hellstone. Das ist denn die Hellpick-Eggs. Ja ne. Dann gibt es keine mehr ne. Dann braucht es. Dann müssen wir jetzt mindestens mal eine Hellstorm. Hellstorm. Hellpick-Eggs machen. Oder wollen wir das so machen dass nur eine. Scheiße. Ich hätte so einen Scheiß lachen. Ey. Ich könnte dafür in die Fresse boxen. Hehehe. 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 Warum platziert keiner den Stein dahin. Asura. Kannst du. Nee du bleibst ja bestimmt nicht mehr nochmal hoch. Das ist so ein Scheißdreck wisst du. Ich bin jetzt mitten im Dungeon. Ich bin mitten im Leben. Hehehe. André du hast die Aufgabe. Ach leck mich am Arsch. Hehehe. Hehehe. Ist das toll Markus. Mach schöner als wenn es ihr leckt. Ich bin so froh dass wir Markus mal mit dabei haben. Das ist so geil mit ihm. Eigentlich wollte ich ja mit Markus machen. Äh ne. Mit dir und mit Markus machen. Ja klar. Aber halt. Das ist so geil mit Markus noch. Ich bin so. Ja. Ich glaube deine Wut kannst du gerade nicht ver- ähm. in Worte übersetzt. Oh ganz viele Gegner. Ganz viele Gegner. Ich bin nicht wütend. Ich bin gut drauf. Hehehe. Hehehe. Ich hab gerade. An mindestens grad 20 Skelette. Das war ohne nütz. Und dann. Und dann tritt ein Skelett auf so eine Pfeilfalle. Und die Pfeilfalle töten sich alle auf einmal. Das trug ich mir aber dann in einem Part an. Loll. Nebisch. Und ich fahr. Oh. Oh. Hehehe. 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 Oh. Ich will doch nicht auf. Ich will doch weiter zurück. Und das war gar nicht so spannend. Oh Gott. Wie. 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 Ahn. Lalalala. Lalala. So ein Scheiss weg. Läuel. Läuel. Verräter soll es ab 16 sein. Man könnte sich hier totlachen. Ja. Wahrscheinlich gab es schon tote. Nein. Aaaaah. Ich renne auch genau 2 mal rein. Und das geld sitzt jetzt wo du respawntst ey. Ich such mir nur ein eigenhalm, leck mich am Arsch. Fette Treppe ever ey, so geil die Treppe. Maaan. Na herrlich. Na komm Tür, die Goppler hat ja nichts drauf, aber die tötet mich schon zum zweiten Mal, ja. So ein Scheiß. Oh, dann schlau ich auch noch so ein Scheißdrang, man. Arsch hier. Krippiert alle. Wo ist denn die Tolle? André hat mir doch den Shadow Key gegeben, den hab ich, äh, benutzt. Toll. Aber ich hab gedacht, in der Shadow Kiste gab's irgendwelche besonderen Items, aber da gab's ja nur die Blume. Okay. Habe ich mich ein bisschen geirrt? Was hab ich ein Pilz gefressen? Lol. Äh, bitte Zeit? Ja. Ja. Gut. Äh, ich bin mal dafür, dass wir, äh, äh. Äh. Ja? Äh. Ich muss kurz was gucken. Moment. Kleinen Moment. So, damit der kleine Markus auch wieder beruhigt sein kann, seine Treppe ist wieder heil. Äh. 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 Ich hab alles Holz. Ihr könnt mir mal gerne Holz geben. Holz hab ich. Aber ich komm jetzt nicht nach oben. Ich hab... Der Mana Crystal. Für wen ist der Nächste? Für mich. Für alles deins. Für mich. Für mich. Nein, für André, bis er seine Ding fertig hat. Seine... Seine Ding halt. Wie viel Mana hast du, Markus? Zwei. Sternchen. Na, da wurde der schon genommen. Pfff. So, das Drache-Masser jetzt unten, das Wasser ist weg. Da unten ist Wasser? Nein, geht gar nicht. Da gibt's kein Wasser. Oh. Na, okay. Mal schauen, wie weit ich komme. Heiß. Also, Lava hab ich schon begrüßt. Heiß. Ich lebe noch. Ey, Stora, spring mal runter. Du brauchst dich nirgendwo festhalten. Ihr habt der Kor-Kor-Korweb, äh, äh, Korweb hingemacht. Ja, nachher gleich. Ja, nachher gleich. Ja. Haut ab, Fle, doch mal so ab. Haut ab. Haut ab. Wenn du mir nicht vertraust, du kannst Markus fragen. Ich frag gar nichts. Ach, Andri, du bist hier. Hi. Ich bin schon wirklich tot im Grunde genommen. Ich brauch Leben. Äh, hast du, äh, maler Trank? Äh, maler Trank, genau. Ja. Und dann geb ich dir einen. Hab ich nicht mehr. Äh. Äh. Wo kommt denn die hier her? Wo kommt die hier? Ja. Wo kommt die hier? Ja. Fuck. Wahrscheinlich bei der Gleichen. Ja, wurde sogar. Lol. Wofür brauchte man... Ach, ich frag gar nicht nach. Äh. Hehehehe. Oh. Oh. Markus, da haben wir deine Treppe. Ist doch mal noch die Beste. Mir ist voll leid, die Treppe. Wie oft die schon behandelt wurden. Hehehe. Schon. Ja, aber Treppe. Würde schon voll oft benutzt. Wie oft die repariert wurde, ey. Auf die Mauer. Auf jeden Fall. Ja, jetzt manchmal, wenn's vorne hier hin. So. Wollen wir jetzt mal austesten? Wir wollen nur austesten, ja, genau. Mein Treppe ist kaputt. Mein Treppe ist kaputt. Da ist ein riesen Loch drinne. Alles am Höchsten. Hier, repariert. Guck nach. Bei mir hat die repariert. Bei mir hat die repariert. Wollen wir nicht. Wollte auch mal meine Spawn hier setzen, bevor ich von Markus vergewaltigt werde. Hehehe. Weißt du, es regiert... Äh, Markus, Markus, ich hab zwei Obsidian Skin Potions. Dann könntest du, ähm, besser farm gehen. Nein. Das ist mir grad so aufgefallen. Ich spiel jetzt keine Farm-Hure. Ich mach jetzt, ähm, also ich... André, willst du farm-Hure sein? Aber einer muss das tun. Ich bin aber die Maid-Hure. Ich würde gern jetzt ein Herzkristallen suchen. Tun, tun. Achso. Guck mal, was da ist. Was dann Polar almighty ist? Hat sich selbst getötet. Ja, Disparator. Dann muss den Felix裡面 reden als्